Ich gebrauche Anduwet für alle Pferde, sowohl junge Pferde als auch alte Pferde. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass Anduwet in jedem Pferd eine positive Veränderung bringen kann. In älteren Pferden, wie bei älteren Menschen auch, die ab und zu etwas steif sind, kann ein Pferd besser aufwärmen, kann es zu einer besseren Bewegung führen. Bei jungen Pferden das Gegenteil. Du musst erst Muskeln aufbauen bei jungen Pferden. Um ein Muskel aufzubauen, muss ein Muskel gelassen und entspannt sein. Und nur ein entspannter Muskel kann sich strecken und zusammenziehen und somit aufbauen. Und deshalb denke ich, dass Anduwet sowohl für junge Pferde als auch für ältere Pferde positive Veränderungen sind. Anduwet – Pferde lieben es!